servus pyrus herzlich willkommen zu einem neuen video ja es handelt sich hierbei um eine echt große für mich besondere batterie die nico penthouse hat mir auf den videos absolut geil gefallen bei hornbach für 25 99 gekauft ja die batterie ist riesig 490 gramm 3,5 kilo brutto ja steht hier noch irgendwas circa 25 sekunden effektdauer effekthöhe 50 meter es handelt sich hierbei um eine fächerbatterie wir können ja einfach mal kurz hier aufmachen rausholen habe ich schon mal versucht kann man die batterie nämlich gar nicht die scheinbar festgeklebt im karton und hier steht nämlich auch drauf nach vorne diese seite ja aber so sieht das ding aus hammer geil riesen zerleger riesen rohre sind da drin also wenn das nicht abgeht da weiß ich auch nicht mega geil freue ich mich drauf und dann wünsche ich euch jetzt recht herzlich viel spaß beim test der penthouse von nico europe nico penthouse und dann und 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 die